Musik Von Montag bis Freitag stehe ich um vierte vor sieben auf. Dann mache ich mein Bett und Frühstück. Ich gehe in die Schule am vierte vor acht. Um deine Schule beginnt acht. Am zwölf Uhr essen ich zum Mittag. Und am zehn nach drei Uhr die Schule ist aus. Ich mache Hausaufgabe und halb drei Uhr. Der Wochen ich habe Hockey und Lacroix. Das nach Hockey und Lacroix. Ich essen zum Mittag. Am neun ich gehe in die Bett. Das nach Hockey und Lacroix.